Ach, weißt du, Werde, du das nur 0,6 hier drauf. Nein, 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 jetzt nicht während wir aufnehmen. Nicht während wir aufnehmen. Bleib cool. Bleib cool. Das OLED回面非常 selten. Erschlag nicht wieder direkt alles mit Plugins. Ich mache jetzt eine Schaufel. Oha. Ich gehe mit einem guten Vorbild hier, Vorbildfunktion, ne? Hey, Vorbild. Hast du die ganzen Steine geklaut? Hast du Steine? Du hast die ganzen Steine verbraten, ja toll. Jetzt haben wir nichts mehr. verbraten. Naja, aus denen kann ich mir schlecht eine Spitzhacke, äh, Schaufel machen. Warte, ich hab noch 32. Hier. Danke. Warum hab ich eigentlich, krieg ich keinen Hunger? Männ ich das daran, weil ich einfach nicht renne und springe, oder? Hast du Hunger schon mal verloren? Bitte? Hast du schon mal Hunger verloren? Ich hab eben ganz viel Hunger verloren gehabt, schon habe ich gegessen und jetzt verliere ich gerade keinen Hunger mehr. Vielleicht sprintest du einfach nicht mehr. Ja, das stimmt, das tue ich nicht. Oh. Ja, mach's gut. Da waren es doch noch acht. Egal, ich finde das immer noch ziemlich krass. Acht Leute bei der ersten Aufnahme. Hä, war das nicht vorhin auch schon mal acht? Da ist irgendeiner dazu gekommen. Der Mr. Guetta ist, glaube ich, neu? Das Endra? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ne, das Endra war schon dabei. Ich glaube, Mr. Guetta wäre neu. Weiß der denn noch, worum es geht? Oh Gott, Laserbond, da stand doch, der ist Kross. Ja, Kross bin ich auch. Ich hab einen Porkchop gegessen, ja. Aber nichts daran. Ähm. Ja. Du bist halt jetzt satt. Auf gut Deutsch. Wofür brauchst du das Eisen? Weil dann vielleicht erlaube ich ihnen ein bisschen Eisen sich zu holen. Ach so, ja, okay. Äh, ja. So lass dich halt holen. Kannst du auch einfach an einem See oder so Weizen anpflanzen. Ja, oder das. Ja, wie gesagt, nochmal für alle, die jetzt hier nicht mitlesen, sondern dass ich es auch mal erzählt hab. Äh, ist halt irgendwann später der Plan, dass ich nochmal mit euch allen dann irgendwie runtergehe und dann die ganzen Sachen erforsche, die ihr da findet, also Hühlen und so weiter. Deswegen, falls jetzt irgendwo was findet schon, ähm, also was so Hühlen und Sachen betrachtet, dann macht einfach mal ein bisschen Dreck davor und dann erkunden wir das irgendwann später gemeinsam. Das wird ziemlich cool. Äh, Moment, das kann ja einfach, glaub ich, alles hier reinmachen. Okay. Ernst, warum sagst du nichts mehr? Ich trinke grad. Ach so, dann ist gut. Sei dir gestattet. Ähm. Ähm. So, wieder da. Wie stellst du denn deine Brücke jetzt noch so vor? Wart doch mal ab, ich bin doch hier grade Sachen am machen. Sachen am machen? Ja. Was machst du denn für das? Holz wieder ein? Ich guck einfach mal in deinem Inventar, was hast du schon schönes? Das Eisen im Wasser. Ja, das Eisen im Wasser darfst du nehmen. Das Eisen im Wasser. Sehr gut. Äh, also ich stell mir die Brücke vor, dass die jetzt, warte mal, ich guck mal kurz, wie das hier aussieht. Äh. Da unten ist ein Schaf. Das Schaf da unten lebt echt gefährlich, wollte ich mal schon sagen. Das stimmt, das ist ein Abenteurer. Ich glaub, das hat sich bisher noch nicht bewegt. Ja. Kannst du mal mit Royalty das Loch hier zumachen? Es ist kein Royalty drauf. So. Dann geh mal in, äh, hier Creative Mode und mach das mit. Füll das auf. Mit? Äh, die unterste Ebene mit Stein, die zweite auch und dann ein bisschen Dreck rum drauf. Ach, weißt du. Warte, das ist dann 0,0x hier drauf. Nein, 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 jetzt nicht werden wir aufnehmen. Nicht werden wir aufnehmen. Bleib cool, bleib cool. Das bin doch nicht heimlich. Erschlag nicht wieder direkt alles mit Plugins. Naja, das ist nicht so schlimm Und jetzt, wie hoch? Nur die Ebene noch? Nur so wie hier Wo ich stehe Also zwei noch Kann ich den teleportieren? Verdammt Nein, wusste ich ja Ja, und? Das ist halt ein Server Was? Kann ich ihn zum Beispiel teleportieren? Das wäre eigentlich Wieder kein Survival mehr Aber okay, ich mache jetzt auch mit Creative Gut, jetzt ist er dann bei mir Theoretisch Ja, dauert kurz Achso, wie lange? Bis man ihn sieht Wenn er sich bewegen würde, würde man ihn sehen Ich habe ihn gerettet Sehr gut, du bist ein echter Held Ja Danke, Schapi Ne, Moment Mach ich ein bisschen Die Brücke wird voll Porno Wird die geilste Brücke Der Welt Dafür, dass ich die mal eben nur so gebaut habe Warte mal, ich habe ja noch Hast du irgendwo noch das Dir die Sensor hingelegt Ist die in der Truhe? Die ist in der Truhe Wenn es ja noch in der Truhe ist Das ist Version 1.7.10 Sind Mods erlaubt ja eigentlich schon Wenn es nicht gerade X-Ray oder so ist Und gleich wieder umgebracht Da ist die Wundenhoe Hast du eigentlich Optifine? Ich habe Optifine, aber aktuell nicht drauf Nasebohren weiß ich nicht Also wenn du dir danach die Hände wegst Oder direkt ein Taschentuch benutzt Dann ist es okay Aber jetzt nicht einfach nur so Wenn du es in Minecraft schaffst Dann kriegst du 5 Euro Dunkel Ja X-Ray ist ein Ist X-Ray nicht einfach ein unsichtbares Texture Pack? Gibt es als Texture Pack Gibt es als Mod Gibt es als Hack Ähm Ja Das glaube ich war es Als Plugin gibt es das glaube ich auch Habe ich glaube ich irgendwann mal benutzt Ganz am Anfang Auf irgendeinem Snapshot Um die Festung zu finden Öl? Es gibt Öl? Nein es gibt kein Öl Wollte gerade sagen Ich möchte euch take it Gerade ein bisschen gewundert Passt das so? Was? Äh Ja Das passt wunderbar Sehr schön Genauso wie ich es mir vorgestellt So Ähm Ist das hier auch weg oder? Warte 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 Nein 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 Stopp stop 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 Nicht alles Das bisschen schon ja Mach nicht meine Vorstellung kaputt Lass es hier stehen Ja So Jens fliegt? Jens fliegst du? Sehe ich so aus dass wir dich fliegen Ja ich war doch gerade noch in Game Mode Jens fliegt gar nicht Jens fliegt? Du musst definitiv das ein 7er Text Treppeck hier drauf machen Sieht das bei dir auch ein bisschen komisch aus Bis nächstes Mal Soll ich dir Holztreppen machen? Ne 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 Ich hab schon hier Half Steps Achso Okay dann mach mal Ja warte ich bin gerade am bauen hier Das ist alles Du bist gerade am nachdenken Stimmts? So ein bisschen Ach Animal IP Es ist so krass voll Wir sind ja schon Ach Zwölf Leute Ach du Scheiße Ja 10 Spieler Richtig Oh nicht schlecht Für die erste Aufnahme Überleg mal Wenn das noch groß wird Wir brauchen mehr Server Wir brauchen mehr Server Wir brauchen einen neuen Server Ich meine Die Welt hier läuft jetzt mit 2 GB Also wenn das jetzt nicht reicht Haben wir ein Problem Das sollte aber Dann müssen wir das mit 3 GB machen Nein 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 wir haben ja noch Platz nach oben Nein dann ist es Wir haben noch 1 GB Freifert Mera zahlen Naja egal Krieg mal Ja das reicht alles Also soll ich jetzt dir was helfen? Nein 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 Lass Ich bin nur noch am überlegen Ob ich das Ganze nicht noch ein bisschen In die Länge ziehe So Verstehst du das ich hier in der Mitte halte? Ne ich verstehe nicht ganz Also du willst es einfach länger machen Gibt es ein Private Chat Command? Ist das nicht Slash R und dann der Name oder so? Ne Slash M Slash Tell würde gehen Geht aber nicht Weil ihr keine Permissions dafür habt Okay Kann ich aber machen Kannst du das jetzt eben machen? Ohne dass irgendwas kaputt geht? Ja Dann tu es Mal offiziell erlauben es Äh Soll ich fragen wie die Permission heißt? Ich guck mal schnell noch Okay Soll man auch so Teleport Anfragen machen können Wenn man sich zum Spielern teleportieren will Also jetzt nicht wir Sondern die anderen Ja die dürfen das hier gar nicht Teleportieren machen nur wir Okay Kannst du mal kurz gucken wo der Spawn ist? Ich kann mal kurz gucken wo der Spawn ist Bin immer noch am überlegen Mit der Brücke Ich glaub ich mach das mit der Brücke So Hiho wir haben noch einen Wir sind Elb Ne 2, 4, 6 Wir sind Oh mein Gott wir sind so viele Elf Spiele Ja Hab 45 Stacks Dark Oak Läuft Da sammelt aber einer Und 40 Stacks zusammen Achso Eins Nicht schlecht Ja Hallo Squidles Äh Squidles wenn du willst Darfst du dir auch gerne Da hinten bei den anderen So um das Dorf hier rum Ein eigenes Grundstück bauen Ungefähr derselben Größe Und dann Hier Spaß haben Will der Craftyman hier von mir Ja nur gucken was ich hier mach oder was Mach geheime Dinge Ich finde nur Birken Kommt der einfach ran und schmeißt mit einer Eisenhacke hin Was soll ich denn damit Verhalten Was mit abbauen Keine Ahnung Ja ich hab das gerade gar nichts Die kommt In In Kommt die auch Würde ich die auch schon oder benutze Ich glaube ich benutze die Das würde sie mehr ehren Als wenn ich sie irgendwo Hinstelle Und ich benutze Habe ich noch mehr davon Ne hab ich nicht Kack In Youtube Fragt gerade einer welche Version das ist Das habe ich eben schon beantwortet Glaube ich Version 1 zu 10 Genau Ich schreib es ihm einfach nochmal Das ist lieb Bin ich hier Ähm Ja Stream Moderator und Techniker und Admin Du bist alles Du bist die Du bist die gute Fee Oh Na dann Und Skype meldet sich auch wieder Yay Was das Ja Frage Was 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 ist Soll sie aufstellen Okay Dann stelle ich sie irgendwo auf Hallo Hans Dieter Der sich gerade beim Youtube Chat meldet Hey Hans Dieter Bester Norde Wieder Bester Typ Ich frage Ach das wäre jetzt ein Dach oder was Ne 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 Das andere war nur so zum Um zu gucken Um das grob abzustecken Wo die Treppe hinkommt Achso Und jetzt wird die quasi da hoch Und geht dann halt so ein Leicht immer schräg runter Ohohohoho Das Entra Das Da brauchst du aber mehr als ein Autogramm Zur Bezahlung Jens Pst Dritten Die hat der Alexander geschrieben Q-Tip Ich liebe es Sogar mit sie Wer hat das gesagt Ich liebe sie Oh Gott Ja Wo Im Chat Minecraft Ich sehe es nicht Stell sie auf Kein Problem Und ich gehe vielen Dank Echt nicht Ne Oder bin ich allmächtig Ne ich sehe nämlich die Ich sehe die Nachrichten Einfach Punkt Zeige ich dir dann wie es geht Okay Dass die hier nichts Verbotenes schreiben Hey ich habe keinen Hack drin Pst Ich bin schon Achso Gut du heißt ja aber Leider nicht So wie Na egal Ah Also Pst Das geht ja mal Pst Alles gut Alles gut Mach mal lieber wieder Tag Schon Ach komm lass mal Nacht Ne dann sterben alle Gut Dann wieder Tag Äh Sollte im Inventar bleiben oder Ja Bleibt Im Oh Leer Bleibt Na egal Beliebt Fast dasselbe Ja Hans Dider hat geschrieben Haha danke Wenn das mit dem Biegen am Spawn Gar nicht mal schlecht Dann sieht man direkt wo man hin muss Und das ist schöner als so ein Kackstift Kannst du bitte kurz gucken ob der fliegt und warum Da oben Ja der fliegt nicht Dann ist der gut Ein dreister Lügner also Achso Geschenk bekommen ne ne nicht schlecht Verschenkt den den Minecraft Accounts Ja Den kannst du mir auch mal schicken ne Der Minecraft Accounts verschenkt Ich muss schon wieder sterben Ähm Muss schon wieder von oben hier drauf gucken Okay 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 Das passt Sonst zusammen Wo bin ich Da Komm Nein Nein Ja Oh der hat extra ne Sterbetreppe gebaut Ist ja cool Ne Sterbetreppe Da kann man so hochlaufen Da kann man von da oben runter springen Perfekt Ja Die haben hier alle schon Häuser ne Echt Ach du scheiße Dann muss ich mir vielleicht mal kurz vorbeikommen Aber das eine ist ja richtig cool Von Dann muss ich mal vorbeikommen Von Die werden nicht rennen Von Das von Craftman YouTube ist richtig cool So mit zwei Holz Mit drei Ne mit zwei Holz Das hier Hm Wo bist du Ja da kommt keiner mit Skin Ja hier rechts Von wem ist denn das hier Achso Das ist auch ganz nett Die anderen bauen ja Häuser Und ich mach ne Brücke Stimmt Wurden ja irgendwie 1800 Pounds gekriegt Warte ich mach mich mal eben kurz Game Mode 1 Damit ich hier durch die Gegend fliegen Und gucken kann Du kannst da einfach Slash Fly eingeben Ja dann fäll ich aber Hunger Geht das die Sterbetreppe Mit Holz Und Dings Und dann ist das schön Das da gibt Wo hat der schon Glas her Da war ja einer echt fleißig Sand und Schmölzen Ja ja klar Warte Weihnachten Wo hast du schon glatte Steine Ja Ich bin geschmolzen Warum baut der den Kistenturm Du bist das ein Craftsman Was meinst du Ist das hier das große Warte Achso da Ja ja hab's Ja genau das Na ich persönlich finde die Kombination Birke mit Ficht oder welches ist das dunkel Das ist Fichte ja Finde ich ja persönlich nicht so toll Aber jedem wie er mag Ich stehe da lieber auf die dunkleren Holzsohren Geht doch Kann man machen Verschiedene Stile Was ist der Basti auch schon Oh Gott der Oh der ist ja schon voll nach unten Ich glaube es hackt Okay nur so ein bisschen Oh Ich lese mal schnell die Schilder von Robin vor An Robins Kiste Robins geile Kiste No touchy Dann die zwei Schilder daneben Zukünftiger Bauplatz von Gelev GmbH Gelev ist das Ah Gelev ja Mit dem habe ich gestern schon League of Legends gespielt Oh meine Bäume sind gewachsen Sehr gut Das gefällt mir Und der hat schon Eisen Und Sand Ach Robin ist also Gelev So wie es aussieht Ja der hat schon 14 Eisen Dann wollen sie jetzt wie Gelev heißt Ha 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 Dann